Hi Leute! In dem Video gibt es einen kleinen, kurzen, schnellen, aber trotzdem umfassenden Einblick in das neue E-Book, den zweiten Teil von Schritt für Schritt zur gesunden Ernährung mit dem Titel von Kochkost zur Rohkost. Und zwar, um gleich loszulegen, erstens, das Buch ist für jeden geeignet, der wirklich gesunde, leckere, einfache Rohkostgerichte in seine Ernährung einbauen möchte. Du musst nicht von heute auf morgen 100% Rohkost essen. Es geht einfach darum, neue, leckere, gesunde Gerichte in deinen Speiseplan zu integrieren. Dauerhaft durch eben leckere, schmackhafte, deftige Rezepte. Und damit kann ich auch gleich zum zweiten Punkt kommen, was für Rezepte enthalten sind oder was für Inhalte in dem E-Book drin sind. Es sind einmal wirklich Tipps und Hilfen drinnen, wie du, gerade wenn du rohköstliche Gerichte machst, diese Gerichte deftig, sättigend gestalten kannst. Dann sind aber auch eben der Rundumschlag bei den Rezepten drinnen enthalten, dass du sowohl Naschereien, süße Sachen wie Smoothies, Energy Balls, Kuchen, Schokotorte drin hast, aber auch deftige Sachen wie Salate, Hauptgerichte, Suppen, Soßen, Dips, Dressings. Das sind die Rezepte, die enthalten sind. Es sind alles einfache, schnelle Rezepte mit Zutaten, die du alle wirklich im deutschen Supermarkt normalerweise bekommst. Es sind ein, zwei Ausnahmen nur in den über 40 Rezepten drinnen. Sowas wie Kaffee-Limettenblätter, aber auch die bekommst du in jedem normalen Asia-Laden. Geschmacklich ist es auch so, dass, wie gesagt, eine hohe Bandbreite ist, damit einfach für jeden was dabei ist. Also es ist wirklich eine schöne Mischung. Und gerade für den Anfang kannst du dann wirklich schrittweise leckere Gerichte in deine Ernährung integrieren. Und so kommst du einfach in einen vitalen, fitten Gesundheitszustand und wieder in dieses Wohlgefühl. Und das Ganze eben mit Genuss, was das Wichtigste ist. Du sollst dein Essen immer genießen. Eine Mahlzeit, die du nicht genießt, ist keine Mahlzeit. Und trotzdem sollst du natürlich gesund sein, wie in dem E-Book. Und das ist eben enthalten. Wenn dich das anspricht, dann fittest du den Link unten drunter oder oben drüber. Klick einfach drauf und du kommst zu einer Leseprobe. Da kannst du nochmal reinschauen. Inhaltsverzeichnis ist dort nochmal aufgelistet. Kannst tragenau schauen. Hey, interessiert mich das? Sind die Rezepte? Was für dich im Inhaltsverzeichnis sind eben alle drinnen. Und dann noch zwei Rezepte als Auszüge. Schau sie dir an. Energy Balls. Neutral lecker. Und dann Bandnudeln. Now Zucchini. Schau da einfach rein. Genauso das Einleitungskapitel. Ist auch mit drinnen. Dann weißt du Bescheid, ob es was für dich ist. Unter dem E-Book stehen auch nochmal ganz viele Feedbacks. Drunter von den Leuten, die es sich schon geholt haben. Und dann hast du auch, denke ich, schon einen besseren Einblick, was dich erwartet. Ob das was für dich ist. Und dann kannst du ja auch einschätzen, je nachdem, was für ein Typ du bist. Und dir die Rezepte zur Umstellung holen. Oder zum Integrieren für gesündere Mahlzeiten. Ansonsten war es das jetzt. Mach's gut. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umstellen. Mach's gut. Ciao. Ciao.